Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Wingardium Livio... Hallo, na das war ja wohl gar nix. Da bin ich ja grandios gescheitert. An einem einfachen Zauberspruch. Zaubern und Husten, das kann ja nicht gut gehen. Das nächste Mal passe ich besser auf, nicht dass noch etwas Schlimmeres passiert. Warum ist uns das eigentlich so unangenehm, wenn wir scheitern? Wir erwarten wohl, dass alles selbstverständlich klappt, wie am Schnürchen. Und dann scheitern wir, haben einen Fail, wie meine Töchter sagen würden. Wenn wir besonders kläglich scheitern, ist es sogar ein Epic-Fail. Dabei ist es die Ausnahme, dass alles glatt läuft. In der Regel müssen wir Hindernisse bewältigen, Umwege gehen oder scheitern eben. Gelegenheiten dazu gibt es ja viele. Rückwärts einparken zum Beispiel. Eine echte Katastrophe bei mir. Oder Feuerzeuge mit Flüssiggas nachfüllen. Ich habe festgestellt, es ist keine gute Idee, das über dem Waschbecken zu machen. Wenn man dann ausprobiert, ob sie wieder gut brennen, gibt es eine Stichflamme. Und es braucht echt lange, bis die Augenbrauen wieder nachgewachsen sind. Ein typischer Epic-Fail. Im täglichen Miteinander mit unseren Lieben scheitern wir auch immer wieder. Weil wir zu ungeduldig sind, vor allem ihre Fehler und nicht ihre Stärken sehen und manchmal auch die falschen Prioritäten setzen. Scheitern tut uns dann besonders weh, wenn es um Dinge geht, die uns sehr am Herzen liegen. Wenn zum Beispiel die Bewerbung nicht klappt und wir den Job oder Praktikumsplatz nicht bekommen, den wir so sehr haben wollten. Oder wenn man in der Prüfung oder Schule eine schlechte Note schreibt. Noch Jahrzehnte später träumen wir nachts von Prüfungssituationen, in denen wir komplizierte Aufgaben vor uns haben und keine Ahnung haben. Dabei brauchen wir vor dem Scheitern keine Angst haben. Wir müssen Fehler machen und immer wieder mal scheitern. Wir sind ja schließlich Menschen. Scheitern ist ein Menschenrecht. Deshalb kann ich fröhlich scheitern. Ich muss mich nicht zu Tode ärgern, mir selbst Vorwürfe machen oder die Schuld bei den anderen suchen. Das bringt mir nur Ärger. Mit mir selbst und anderen und lähmt mich. Nein, ich kann fröhlich scheitern. Scheitern macht mich demütig. Es hilft mir, nicht überheblich zu werden. Und offen zu werden, offen zu bleiben für Gott. Gott lässt mich meine Grenzen erkennen. Oder die Sackgasse, in die ich mich verrannt habe. Und macht mir richtig Mut. Was ganz anderes und Neues zu wagen, dass ich mich vorher nicht getraut hätte. Oder einfach nicht gesehen habe. Denn er ist der Gott der neuen Chancen und Anfänge. Mit ihm kann ich über Mauern springen. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. touchen und Anfragen. Titel 2014